Herzlich Willkommen zu dem Kongress Familie spielt Musik. Mein Name ist Evelyn Pudubrin. Ich lade dich ganz herzlich ein, auf mein Interview zu hören. In dem Interview erfährst du, was eigentlich Spiel ist, was passiert, wenn Kinder nicht mehr ins Spiel kommen, warum kommen sie eigentlich nicht mehr ins Spiel und damit die Fähigkeit zum freien Spiel verlieren. Du erfährst, welche Bedingungen du stellen kannst, damit dein Kind ab dem ersten Lebenstag ins Spiel kommen kann. Du erfährst also, welche Weichen du stellen kannst und zwar an ganz, ganz, ganz konkreten Beispielen.